Ja, guten Abend. Ja, hier ist wieder der Manfred, unsere Frau. Ich bin, also ich bin die Frau, gell? Ja, wir waren da immer so mal in so einem Podcast und ja, da reden wir halt über Gott und die Welt, gell? Gell, Manfred? Ich sitze gerade im Wohnzimmer, der Manfred. Ja, 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 ist gut. Ja, es ist bald fertig. Ja, Entschuldigung. Das war der Manfred, ne? Ja, genau. Wir erzählen dann halt über alles, ne? Über den Krieg und Pandemie und dass alles teuer wird. Reden wir auch drüber, ne? Und ja, genau. Das sind ja so die Themen, die vorgegeben sind in der Medien, ne? Und darüber, darum reden wir auch darüber, weil die ja vorgegeben sind. Ich spreche ja über sowas und dann sollen wir es auch weitergeben, ne? Weil das ist ja die Meinung der Mehrheit. Und die Meinung der Mehrheit ist ja wohl richtig. Gell, Manfred? Manfred, ein Augenblick. Manfred, die Meinung, Meinungsfreiheit. Ist er dafür? Ja, ist für die Meinungsfreiheit. Also, ach jetzt, uneingeschränkte Meinungsfreiheit ist er sogar. Ach, der Manfred. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht von ihm, gell? Er ist in 40 Jahren verheiratet. Der Manfred, uneingeschränkte Meinungsfreiheit. Hätte ich nicht gedacht. Nach 45 Jahren, gell? Na, na. Ja, so ist er. Ja, ja, kritisch ist er auch, gell? Ja, ein kleiner Augenblick wieder. Manfred? Ja, fünf Minuten ist er, 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 kritisch und informativ, Herr Mensch, ja, ja. Also, das war's dann wieder von uns und weitere kritische Beiträge gibt's demnächst. Auf Wiederhören. Gerechtigkeit und Frieden. Informationen, Nachrichten für eine bessere Welt.